Hallo, ich bin's, Anna, die Gewinnerin des Castings von GameTV Schweiz. Heute stelle ich euch das neue Game von The Wandering Band LLC vor. Dies ist am 9. November erschienen. Aber nun zum Trailer. Airborne Kingdom ist eine Städtebausimulation rund um fliegende Städte. Bei der man seine schwebende Heimat über eine zufällig generierten Wüste errichten muss. Neben Erkundungen spielen Ressourcenmanagement, Nahrung und Bedürfnisse der Bewohner eine Rolle. Ziel ist es ein riesiges, schwebendes Königreich zu errichten und damit wiederum Migranten aus der Wüste anzulocken. Zusätzlich muss man neue Ressourcen finden und Produktionsketten einrichten. Auch die Interaktion mit anderen Stämmen ist wichtig, um an neue Technologien zu gelangen. Durch die zufällige Map soll sich das Erlebnis jedes Mal ändern. Dies war's vorerst von Airborne Kingdom. Habt ihr noch Anregungen oder möchtet ihr mir eure Wünsche mitteilen, über was ich zukünftig in den Game News berichten soll? Dann meldet euch doch einfach unter Anna at GameTV.ch. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.